Das Plastikteil, mit dem man sich zwischen die Zähne klemmt, relativ eklig. Ich habe mir das Gefühl, leichtes wirken. Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute mal habe ich ein ganz witziges Video, nämlich für euch vorbereitet. Für mich heute geht es mal, warum ich auch mein Handy in der Hand habe, das weiß ich nicht und warum ich so schnell rede, das weiß ich auch nicht. Also, komm runter. Im Allgemeinen geht es heute mal um die witzigsten Amazon-Gegenstände und ich habe mich davon inspirieren lassen, weil ich schon ein paar Videos davon gesehen habe, aber die Liebe saftiges Genug, sagt man das so? Die Liebe hat auf jeden Fall ein ganz witziges Video dazu hochgeladen, wo sie einzelne Gegenstände gekauft hat und sie dann probiert hat, beziehungsweise versucht hat zu probieren. Das Video von ihr findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Fairlink, checkt sie auf jeden Fall mal ab, würde mich auf jeden Fall freuen und dann starten wir auch gleich rein in die bescheuertsten Amazon-Gegenstände, die du dort kaufen kannst. Eines der witzigsten Gegenstände auf Amazon ist das Einhorn-Stirnband. Ja, Mann! Also, ganz kurz die Frage ist, wieso man so einen Gegenstand kaufen sollte, aber das Witzige dazu sind die Bewertungen und ich lese euch das mal ganz kurz vor. Erstens muss man dazu sagen, dass dieser Gegenstand einfach mal fünf Sterne hat, das heißt fünf von Maxi mal in fünf Sternen hat dieser Gegenstand und drei Bewertungen. Dazu sind auf jeden Fall welche geschrieben worden und ich lese auf jeden Fall mal eine davon vor. Ich betätige mich nebenberuflich als Einhornjäger und musste bisher mich heimwerklich zusammengeklebten, Klammer auf, und natürlich für diesen edlen Tiere, nicht gerade ansprechende, Klammer zu, Lockhörnern auskommen. Manchmal stolzierte ich viele Nächte lang am Stück, leise Viren durch den Zauberwald, ohne auch nur ein einziges Einhorn zu Gesicht zu bekommen. Seit ich zur Jagd das, übrigens sehr bequeme, in Klammern gesetzte, Stirnband trage, kann ich mich vor anderen kaum retten. Meine Beute hat sich mindestens verdreifacht. Super breit Leistungsverhältnis, klare Kaufempfehle. Für die Leute auf jeden Fall, die sich ein Einhorn-Stirnband zur Jagd kaufen wollen, sollten auf jeden Fall in diesem Gegenstand nicht zögern und auf jeden Fall zuschlagen. Der nächste Gegenstand hat auch wieder was mit Einhornern zu tun, aber diesmal ist nichts was zum Tragen, sondern es ist diesmal was zum Essen, nämlich das Einhorn-Fleisch. Auch wieder mal sagenumschreibende 20 Bewertungen. Ich weiß nicht genau, welchejenigen das bestellt. Auf jeden Fall eine Person kenne ich ja, wie gesagt, das Video dazu ist unten verlinkt, wenn ihr diese Probe dazu sehen wollt, denn nun hat sich das auf jeden Fall bestellt und das auch verköstigt. So sieht das Ganze aus und ihr seht es da oben, 20 Bewertungen, glatte 5 Sterne. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Sind nur noch 10 auf Lage, dementsprechend, ne? Wisst ihr Bescheid. Unter uns ist bald ausverkauft. Lesen wir auch hier mal die Beschreibung vor und dementsprechend nehmen wir mal eine etwas schlechtere Bewertung, nämlich die 3 Sterne Bewertung. Ich habe mir es größer vorgestellt, aber ich hoffe, meine Freundin freut sich trotzdem über dieses Geschenk, bin schon auf ihren Gesichtsausdruck gespannt. Auf jeden Fall mega geil, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die dazu gute Bewertungen schreiben, weil das Wichtigste an solchen bescheuerten Produkten sind auf jeden Fall diese Bewertungen. Spülmaschine, jetzt halt doch mal die Backen. Ich drehe gerade, ne? Das ist auf jeden Fall eines der witzigen Gegenstände. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Jungs, also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Typ und Fan von Teleskopen oder von Wichsen, aber, ja, aber die Firma Wichsen, boah, die macht Teleskope, du. Ihr müsst warten, weil die sind erst fertig jetzt aktuell, wenn ihr hier gerade guckt, so zwischen 5. und 11. Oktober könnt ihr das erst so kriegen. Also 5 bis 6 Tage versankt fertig, kostet auch noch 14.300, sorry, 14.422 Euro und 31 Cent. Aber die Lieferung ist natürlich gratis. Also dementsprechend, wenn ihr so ein Teleskop haben möchtet, ihr könnt es euch gerne angucken, ich blende euch mal ein Bild hier ein. Ist auf jeden Fall nicht allzu groß das Teil, würde ich mal meinen. Ja, wahrscheinlich, wer kauft sich so einen Scheiß, Mann! Junge, hast du keine Hobbys? Alter, ihr könnt euch das mal angucken. Er macht einfach einen ganzen Roman daraus. Was ist denn los mit den Leuten? Auf jeden Fall schreibt er hier Fazit, ich lese euch nur das Fazit vor. Um seine Nase zu finden, reicht ein Teleskop aus. Um Pickel oder sonstige zu betrachten, würde ich vorsichtshalber zwei kaufen. Wer die Menschheit vernichten will, sollte zugreifen. Ich denke, aus 6 bis 7 Teleskopen sollte man eine Massenvernichtungswaffe herstellen können. Ein Rat an Wichsen, bitte zeichnet euer Produkt doch kurz mit einem Warnhinweis aus. Denke, Kinder mit dem Drang zu Antomingenieur, könnten mit den Teilen gefährlich Unrat anstellen. Ich hatte noch nie so einen Spaß für 60.000 Euro. Dementsprechend ist der Preis runtergegangen. Alles klar! Von 60.000 auf 14.000, Jungs. Also wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall nächstes Mal euer Taschengeld oder Sparschwein auf den Topf kloppen. Auf den Topf vor allem. Auf den Kopf kloppen und dort hinbringen, dann habt ihr auf jeden Fall ein Top-Wichsen-Teleskop. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Ihr habt euch schon immer mal gefragt, eigentlich, oder ich habe mir eigentlich auch die Frage gestellt, wie komme ich an eine halbe Million Euro? Die Lösung dafür sind 24,50 Euro in eurem Portemonnaie. Amazon Prime, damit es relativ schnell kommt, das ist auf jeden Fall gehexeltes Geld. Es gibt auf jeden Fall den Standard-Klassiker auf Amazon. Ihr könnt 500.000 Euro geschreddert, also ehemalige Banknoten, in einem großen Paket kaufen, das für 24,50 Euro dann euers ist. Jungs und Mädels, ihr wollt mir nicht ernsthaft sagen, wer sowas kauft, ist doch nicht ganz. Bei Trost. Also ich gebe doch nicht 24,50 Euro für irgendwas, außer man hier noch nicht mal... Ne. Wie dem auch sei, jedenfalls dieser Gegenstand ist auf jeden Fall wieder klasse. Die Rezession lese ich euch jetzt mal nicht vor, weil ich finde einfach die Rezession dazu, was sollst du da schreiben? Rezession schreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Geschenk verleiht einem... Ah, nicht, dass er verleiht. Ach Gott, so eine Scheiße, J***. Da ich ja so einen spektakulären Bartwuchs habe, ist auf jeden Fall für alle Leute da draußen von euch, die einen Goaty Bart haben wollen, den Goaty Saver. Kann ich da nur absolut empfehlen. Grundsätzlich hat er aber nur dreieinhalb Sterne, also wenn ihr auf Kundenrezession steht, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf verzichten. Ich denke mal, für alle diejenigen, die darauf Bock haben, ja, die sollten sich das Ding auf jeden Fall genehmigen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du das als Mist verstehst, Hansi, denn die Idee ist halt grundsätzlich gut, schreibt er. Allerdings bekomme ich Konturen frei nicht besser hin, als mit dem Ding für Millimeterfetischisten, also unbrauchbar. Weil durch leichtes Spiel an den Vorderbanken doch nicht unbedingt eine Gleichmäßigkeit erreicht wird. Wahrscheinlich. Wer macht sich so einen fucking Bart, Alter? Plastikteil, mit dem man sich zwischen die Zähne klemmt, relativ eklig. Ich habe mir das Gefühl, vielleicht ist es wirken. Digga, warum klemmst du dir auch ein Rasierschablone zwischen deine Zähne, Mann? Ey, er ist halt auch, sein Name sagt halt schon alles Hunsi74, jetzt. Ich denke mal, Größe gehen raus an dich, Großer. Tut mir leid, wenn du mit einer Rasierschablone wirklich reizt hast. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch diese Ideen gefallen hat, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Kommentare. Nein, schreibt mir die nicht. Schreiben wir sie. Soll ich mir in die Kommentare schreiben? Ja, sollst du. Musst du machen. Ah, okay. Also schreibt es mir doch in die Kommentare, denn ich würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr denn noch für so Ideen habt, denn ich habe noch ein paar Ideen, worauf ich einfach beim Recherchieren... Dementsprechend auf jeden Fall mal eure Meinung ab. In die Kommentare lese ich mich auf jeden Fall wieder durch. Und da läuft gerade auf jeden Fall jemand vorbei. Größe gehen raus. Das ist Herbert und glaube ich Inge. Sekunde. Inge! Nee, reagiert nicht. Aber auf jeden Fall sind da welche von der Zähne. Ich kann euch die nicht zeigen, weil das ist ja Privatsphäre und so. Ich bin ja so Fan, da kommt auf jeden Fall jeder vorbei und klingelt. Nein. Auf jeden Fall würde ich mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall. Ich bin raus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein. Ciao.